Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bellchipo-Fonte, heute am Mittwoch schon. So, der Kurs war hier für den Hans-Dieter, also für den Müll eigentlich. Wir parken den jetzt an die Seite, falls unser Überladerkurs nicht funktioniert. Den habe ich gestern angelegt. Ich hoffe, er funktioniert. Wir gucken uns das jetzt ganz kurz an. Die zwei Minuten nehmen wir uns jetzt einfach Zeit, bevor wir dann der Silage von der BGA zum Hof bringen. So, wir fahren mal hier so mit. Ich steige jetzt aber nicht ein, nur damit ihr wirklich seht, okay, er macht das nicht. Wir steigen mal kurz auf. Das ist übrigens der Player-Camera-Mod. Mit dem Hoch- und Runterfahren, äh, mit dem Mausrad und, äh, ranzoomen. Ne, das ist der Player-Camera-Mod. Achso, bin ich jetzt irgendwo... Ah, bin draufgekommen. So, gucken wir mal, meine Überladestation. Bitte, 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 funktionieren. Bin zu weit weg. Hat den Überladepunkt erreicht? Ich bin zu weit weg, oder? Richtig, ich bin zu weit weg, aber... Das kann nicht ändern. Ich kann einfach näher ranfahren. Aber, äh, das Prinzip funktioniert. Und so werden wir den jetzt auch fahren lassen, einfach. Und wenn der Hänger voll ist, dann lehre ich ihn aus. Das ist nicht das Problem. Aber, ähm, wir haben ein bisschen Puffer. So. Läuft. Und jetzt kennen wir uns schon, äh... Der sollte endlich automatisch losfahren. Was machst du hier eigentlich? Den bagen wir mal zurück. Wir beobachten das oben mal. Äh, ich weiß gar nicht, ob da... Geht da alles rein? Ich hoffe schon. Da habe ich eigentlich ein Problem mit dem Zuckerrüben. 13, 4, 0. Und er fährt weiter, hoffentlich. Lass mal gucken. Er fährt zu seiner Position weiter. Nice. Das funktioniert schon mal. Ja, ist auch gut, wenn in 10 Folgen einmal was funktioniert, ne? Ist ein guter Schnitt. So. Wir machen gleich Silage, versprochen. Ich möchte nur ganz kurz den hier hinstellen, wo er hingehört. Und dann noch gucken, ob mit dem weißen LKW noch was drin ist. Was ich jetzt so nicht, äh, weiß. Jo, der passt. Okay. Da wird nicht viel drin sein. Der ist leer. Dann holen wir nochmal eine, ne... Wie nennen wir das? So ein Fässchen voll. Holen wir einfach nochmal. Ein Fässchen voll. Und dann müssen wir nochmal zum LKW hochgucken, wie viel da wirklich drin ist. Weil ich glaube, der Holmer ist schon, ist schon ein Tier. Ja, ne. Vielleicht findet man den. Alter, 95%. Der muss ich wegfahren. Der muss ich wirklich wegfahren, liebe Leute. Ähm. Kein... Die Frage ist halt jetzt... Einlagern oder verkaufen. Zuckerrüben. Alter, wir haben so viel Zuckerrüben, ne? Bei Biocare. Bei BioGuts. Das ist oben. Also Biocare wird den besten Preis geben. Oder Avewe. Avewe ist nicht... Ist nicht viel um. Also ich glaube, das, was ich bei... Was ich Spritkosten verballere, äh... Ich glaube, ich bringe das zu Avewe. Haben wir wieder ein bisschen Geld. Ist auch nicht so schlecht. Das bringen wir schnell weg. Und dann kümmern wir uns gleich um diese Lounge. Da müssen wir dann aufladen. Äh, abladen. Boah, das wird auch wieder so eine Sache werden. Ich kann das vielleicht... Vielleicht... Habe ich da nicht mal einen Kurs gemacht, dass wir das automatisch machen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Äh, müssen wir uns angucken. Könnte aber ganz gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass ich so einen Kurs schon mal gemacht habe. Übrigens, das MIG-Mit-Break hat angefangen, ne? Also für alle, die, die es immer noch nicht wissen, MIG-Map started. Und es gab schon die ersten Differenzen. Aber guckt euch einfach im Laufe der Woche die Folgen an. Ähm, der Leo war nicht so begeistert von einem, zwei Schachzügen meinerseits. Aber alles regelkonform. Hat er auch selber gesagt, Werner, du hast die Regeln nicht gebrochen. Es ist nur eine fragwürdige Art und Weise. Und das war ja nie, ne? Also das ist ja nie das Problem gewesen. Solange ich innerhalb der Regel bleibe, ist ja alles okay. Aber da wird es diese Woche auf alle Fälle nochmal spannend. So, die bringen wir hier hin. So. Gut, das geht jetzt runter. Alter, was ist denn hier los? Da kommen gerade jede Menge Nachrichten rein. So, das waren auch circa 50.000, liebe Leute, ne? Also, oah, hoppla. Hab ich jetzt, ne, gut. So, 100% Minus, das ist der kleine M&M. Und, ja, was gibt's noch? Ich über, noch mal zum MIG-Mack-Projekt zurück, ne? Es macht halt mega, mega Spaß. Es ist aber, es ist ein neues Projekt. Ist auch so, das macht einfach extrem Spaß. Äh, ich hab jetzt auch mit dem Leo vereinbart, beziehungsweise, was Leo ist ein Einfall, äh, dass wir das, also MIG-Mack wird sieben Tage die Woche kommen. Das heißt, das LS-Wochenende wird ein bisschen reduziert. Das heißt, morgens, Sonntag und, Samstag und Sonntag, kommen morgens keine Belchik-Folgen mehr, sondern MIG-Mack-Folgen. MIG-Mack-Folgen. So. Einfach, weil es einfach momentan, so, muss ich ehrlich sagen, mehr bockt als Belchik. Muss ich wirklich so sagen. Ähm. Heißt aber nicht, dass Belchik jetzt komplett langweilig ist. Überhaupt nicht, ne? Aber man hat sich einfach schon sehr, alles aufgebaut hier. Und man, ja, man lebt jetzt vor dem, was man hat eigentlich, so. Weil es ist ja, jetzt ist es nicht mehr schwierig, Geld zu verdienen. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ähm. Und das ist halt nochmal eine Spur anders jetzt auf der MIG-Mack. So, unser Busch hier. Pass. Gut. Wir brauchen einen, äh, ich hatte doch mal einen... Hatte ich nicht einen wunderschönen Kipper? Ich brauche, ich brauche was Großes. Ich brauche was Großes, bitte. Ach, da steht ein Fan. Nehmen wir den doch. Ne, da steht ein Case. Oder was sind das? Von vorne hat es aus gesehen? Ja, nehmen wir den. Der ist schön groß. Der ist auch schön neu, ne? Ganz nebenbei. Gewicht haben wir jetzt keines dran, aber nobody cares. So. Der hat noch einen Kurs gespeichert. Guck an, guck an. Zack, zack. Und zwar, weil ich hier einen Abschiebewagen verwende. Ich glaube, dass ich hier einen Abschiebewagen habe. Äh, buh. Habe ich den woanders gepackt, weil ich keinen Platz mehr hatte? Soll es auch geben? Ich bin aber schon am Meinung gewesen, dass ich einen Abschiebewagen habe. Leute. Was ist da los? Ich hatte doch einen Abschiebewagen. Und erzählt mir jetzt bitte nicht, dass ihr nicht die Sachen verwendet, die neuer sind. Also das hier kann mir keiner erzählen, dass das nicht so ist. Äh, nee, hier ist er nicht. Habe ich das geträumt? Ich hatte doch einen wunderschönen Abschiebewagen. Wo ist denn da hin? Ich habe keinen Abschiebewagen. Bin ich jetzt komplett... Komplett... Nee, hier ist er doch. Wo habe ich den denn hingepackt? Ja. Für lauter Abstellmöglichkeiten weißt du selber nicht mehr, wo die Geräte stehen. Das ist, äh, nicht so geil. Der steht sicher hinten an der Halle irgendwo. Da bin ich mir vorsicher, du. Oder habe ich den irgendwo hier reingestellt? Wir fahren mal außen an Sicht. Um zu gucken, wo unser Hänger ist. Hier ist er auch nicht. Hier ist er... Auch nicht. So, bin ich jetzt Komplettbanane? Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht, das weiß ich. Hier war er auch nicht. Eigentlich. Äh, wir nehmen mal nur die Geräte. Nee, 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 nee. Der muss ja gleich gefunden sein, ne? La, la, la. Wir haben fast keine Geräte, ne? Muss man dazu sagen. Wir haben ganz wenig. Wir sind so arm, wir haben fast keine Geräte. Alter, sind das nur Geräte und Anhänger? Oh, ist ja krass, was wir für Zeug haben. Nee. Kann, kann echt nicht immer lange dauern, weil... Ich war gar nicht... Ja, hier. Der ist hier. Ach Gottchen, ich weiß, wo er ist. Der steht unten bei einer Kartoffelwaschanlage. Ach, hier, da war... Oh, oh, nein, 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 nein. Die Mulde stand im Weg. Tut mir leid. Ah, jetzt... Oh. Die Erleuchtung kam zu spät. Schade, schade. Okay. Ähm. Alter, wir haben schon wieder neun Minuten verballert, ne? Aber ich hoffe, das funktioniert jetzt mit den Rüben. Äh, glaube... Ich glaube zumindest, dass das funktioniert. Äh... Da hing... Was hing... Was hing denn da dran? Hing da was Großes dran? Da hinten muss er irgendwo stehen, ne? Ei, 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 ei. Ist er... Oh, er ist... Sehr gut. Er ist frei. Das ist gut, weil... Warum... Warum... Äh... Den Abschiebewagen jetzt? Ganz einfach. Ähm. Eigentlich ist das nicht logisch, was wir hier machen. Geht der Mist. Ich weiß es jetzt gar nicht. Muss ich jetzt echt noch gucken, ob da Mist reingeht? Äh... Geht kein Mist rein. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt hab. Was sagen denn die Fortuna-Anhänger? Geht da Mist rein? Wird wahrscheinlich Mist reingehen. Ich hab da schon mal einen Fortuna-Anhänger verwendet für. Äh... Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Ne. Geht auch kein Mist rein. Ich kann schlecht mit dem Misstreu erfahren. Das sieht ja richtig kacke aus. Lalalalalala. Das geht auch nicht. Ja gut, äh... Hab ich gesagt, dass es einfach wird? Ne. Kann doch eigentlich nicht sein, dass der... Wir testen das. Wir testen das. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Mit Multiflus und allem drum und dran, was hier auf der Map verbaut wurde. Und in allen Hängern drin und so. Geht mir das eigentlich nicht. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Wie haben wir denn... Hoppla. Äh, wie haben wir denn den Mist von unten nach oben gebracht? Das war doch auch mit dem Fortuna-Anhänger. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das was anderes war. Oder? Glaube nicht. Glaube nicht. Äh, wir testen das einfach. Dann wissen wir es. Dann sind wir alle klüger, wenn wir das jetzt getestet haben. Wir gucken nochmal. Der Holmer, der... Der holt, der fährt. Der lässt sich nicht stören von unseren Problemen hier im Hof. Der lässt sich nicht... Ah, vor allem möchte ich ja gerade... Es ist Zeit fürs Bett für mich. Es ist echt Zeit fürs Bett. Ich möchte hier nicht missholen. Ich möchte ja Silage holen. Mein Gott, Walter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt extra einen größeren Anhänger genommen, damit wir nicht 5000 Mal fahren müssen. Das heißt, wir fahren jetzt einmal. Machen platzierbar einen Haufen davor. Und dann kippt man das Ding rein. Dann ist die Sache erledigt. Das war der Plan. Wenn Silage hier reingeht. Was ich... Ich finde das gespannend richtig nice. So. Das hätte ich mir wieder einen fetten Kratzer gegeben, wenn ich jetzt so weitergefahren wäre. Wir fahren nach ganz hinten hin. So, kann ich jetzt hier so einen kleinen Schlinkler reinmachen? Weißt du, dann wird es aber auch schneller funktionieren mit dem Aufladen. So hätte ich mir das vorgestellt. Genau so. Nicht anders. Radlader haben wir. Zack. Ist zwar noch ein bisschen Mist drin, aber das kippt man schnell aus. Das merken die nicht. Ist hier ein eigener Mist. Willst du die Schaufel zurückklappen? Jo. Ich glaube, dass mein LS-Lenkrad langsam aber sicher den Geist aufgibt. Weil, ähm... Ihr seht, wie langsam das ist. Ich dreh voll Gas in die Richtung, ne? Und es kippt... Es geht einfach sehr, sehr langsam zurück. Warum geht kein Mist raus hier? Wollt ihr mich verhohne-piepeln? Geht hier Mist rein? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob hier zu... Sag mal... Ist hier was Giftiges drin, oder was? Warum nimmt das niemand? Ich bin auch der Meinung... Oh, Mist ist schwer. Das habe ich vergessen. Mist ist einfach zu schwer. Ich kann es aufnehmen, aber ich kann es nicht ab... Das kann dir keiner erzählen, was hier heute los ist wieder. Warum lässt du nicht ab? Ach so. Dann muss ich erst einen Hippity-Trigger erstellen, damit das funktioniert. Okay. Wir fragen nicht nach. Manchmal ist es besser, wenn du nicht nachfragst. Ich weiß, die Schaufel müsste man jetzt auswaschen. Ich habe jetzt aber leider nichts da, wo... Mit dem ich hier, ne? So, sieh da öffnen. Sehr schön. Äh, wir machen nicht... Au, 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 au. Wir gucken mal, ob das jetzt hier funktioniert. Sollte es eigentlich... Äh... Meine Hand jetzt vorher legen würde ich aber dafür nicht. So. Du musst halt wirklich ruhig und gemütlich fahren. Damit das, äh, ne? Ich weiß, ich könnte auch eine Förderbahn verwenden. Das ist mir alles ganz klar. Aber ich finde, diese Variante mit dem Verladen... Wenn es jetzt funktionieren wird... Gut. Es funktioniert. Geht zwar mega langsam, sage ich jetzt mal. Aber es funktioniert. Das ist gut. Weil dann... Ich glaube, ein Hänger, dann... Vielleicht auch zwei Hänger. Ich weiß es noch nicht. Ein bis zwei Hänger werden wir zum Hof bringen. Ähm... Damit die Silage für den Mixfeeder wieder da ist. Und den Rest... Gucken wir uns einfach an, wo wir den... In die BGA wahrscheinlich, oder... Vielleicht behalten wir uns auch ein bisschen. Ne? Kann ja auch sein. Das möchte ich jetzt nicht sagen, dass jetzt alles verkauft wird oder alles zu den Kühen geht. Teilzeils. Ich glaube, das wird so ein Fifty-Fifty-Gedöns werden. Da hat noch ein bisschen was platt. Jo. Alles klar. Äh... Jetzt sehe ich aber nicht mehr, wann... Ne? Wann der Holmer abtankt und so. Jo. Wisst ihr... Wisst ihr auch, wie viel Liter da reingeht? In diesen Hänger? Ich weiß es gerade nicht. Wobei, das kann eigentlich nicht so viel sein. Weil ich sehe schon... Ne? Ich sehe schon eine kleine Bedeckung oben. So. Returgang. Also, eins ist auch klar, ne? Das Gewicht am... Am... Am Kett... Also, am... Am Radlader, am Hofradlader, das wir haben... Ähm... Macht sich schon bezahlt. Also, wenn ich das hier angucke, wie das hier hin und her schwappt... Ja... Nicht optimal. So, wir machen jetzt noch ein, zwei Schaufeln rein. Vielmehr kann da gar nicht mehr reingehen eigentlich. So, Zugerüben. Wir sind auch wieder voll. Der wird jetzt mit 18 Kamada dorthin brettern. Ja, ja. Das passt schon. So. Und wir, glaube ich, haben einen vollen Anhänger mit Silage. Einer geht noch, sagt er. Okay. Einer geht noch. Ist okay. So, einmal hier hochgehoben. Sack. Alter, wir haben so viel Silage, ne? Da müssen wir uns jetzt mal was überlegen, was wir mit der ganzen Silage machen. Ich glaube ja, dass wir irgendwie zumindest, ähm, das verladen können. Oder wir bauen zwei, drei Förderbänder auf. Was haltet ihr denn davon? Können wir auch mal machen, ne? So eine Förderbahn-Action. Zwei, drei Förderbänder und immer rein in die Silage, äh, in den Bunker. Wäre auch nicht schlecht, ne? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ich glaube, bei der Nähe wäre das sogar realitätsnah. Weil es ist wirklich nur, ich glaube, drei Förderbänder, dann wärst du da. Hier vorne hat noch ein Stück, ein bisschen was Platz. Gut. Lass mal, lass mal, lass mal gut sein. Ist so, ist okay für heute. Äh, den Rest machen wir dann morgen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Mich würde es wie immer sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir dann, äh, die Silage, wie viel haben wir da drin? 99 Prozent, ist okay. Äh, wenn wir die Silage dann zum Hof bringen und mit dem anderen Radlader dann in den Mix wieder reinfüllen oder mit dem Teleskopladen, weiß ich noch nicht. Äh, die Option lasse ich mir auf alle Fälle offen, ne? Gut. Ich glaube, es ist alles gesagt. Äh, morgen, was heißt es nur, neue Folge auf der Belchik, seid wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis morgen, macht's gut, ciao, ciao.